Musik Wir sind jetzt hier hinter den Kulissen in der Schwarzwaldhalle. Bei mir steht Karim Lohr, der Küchenchef Karim. Wie viele Gäste bekocht ihr denn heute Abend? Also es sind circa 2000 Personen, ein paar mehr oder weniger. Es kommt noch die Presse dazu und einige Personal. Es sind ungefähr dann insgesamt 2200 Personen. Und was gibt es Leckeres? Also wir haben alles von Antipasti-Vorspeisen, also verschiedene Antipasti von Parmaschinken bis Büffelmozzarella, Garnelen, 20 verschiedene Salate und drei verschiedene Themenbuffets oder vier verschiedene Themenbuffets mit 30 verschiedenen Hauptgängen. Und hier sind auch Gäste, die ganz besonders auffallen. Hallo, was ist denn euer Job heute Abend hier? Wir sind Duftengel. Was macht man als Duftengel? Als Duftengel sieht man schön aus und wir sprühen verschiedene Düfte. Und ihr gebt auch eure Telefonnummern her. Nein, das machen wir nicht. Nein, das machen wir nicht. Vielleicht nicht. Vielen Dank.